Morgen Leuchtturmkapitän und herzlich willkommen zum Wochenendbriefing hier bei uns auf dem Seacrauts Kanal. Es sind eine ganze Menge neue Inhalte dabei. Wir wollen euch versuchen, ein bisschen strukturiert hier auf den aktuellen Stand zu bringen. Nach dem Video wisst ihr Bescheid, was an diesem Wochenende los ist, wo ihr vielleicht sogar ein bisschen Geld sparen könnt, was es kostenlos gibt und was in Zukunft in World of Warships unter anderem auch mit dem Real Life Event dann passieren könnte oder kann. Fangen wir erstmal gleich direkt an. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil wir doch einiges zu erklären haben. Azur Lane Event Pass ist am Start. Azur Lane ist quasi das Hauptevent für dieses Update 13.4. Neben den ganzen D-Day-Geschichten haben sie jetzt hier diese Sache reingebracht. Da sind dann halt Kapitäne dabei, Queen Elizabeth mit 10 Fertigkeitspunkten. Dann haben wir auch hier die Fuso als Kapitän dabei für die Bezahlreihe. Wir haben hier die Fuso mit dieser Premium-Tarnung und auch hier für die Baltimore die Premium-Tarnung mit am Start. Kohle mit dabei und auch die Chapayev. Die Tarnung sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Ich zeige euch jetzt hier gerade mal. Das ist durchaus eine interessante Sache, wenn man sich für Azur Lane interessiert. Bei den Kampfauftragsreihen für den Gefechtspass hat sich nichts verändert im Vergleich zum Update davor. Ja, was gibt es dann so an besonderen Sachen, die vielleicht auch kostenlos sind? Wir gehen hier auf alle Nachrichten, klicken hier dann auf die sechste Welle. Und das Erste, was ich euch gleich empfehlen möchte, ist einmal hier auf den Button klicken. Wenn ihr ein neuer Kapitän in World of Warships seid, dringt auf diesen Button, dann wird euch das Wohnzimmer Azur Lane freigeschaltet. Könnt ihr dann permanent als Hafen benutzen, wenn ihr möchtet. Und wir scrollen jetzt hier nochmal ein bisschen weiter nach unten. Da gibt es dann die Aurora, permanente Tarnung und Flaggen, dann kostenlos. Die können wir uns über Kampfauftragsreihen freischalten. Erst müssen wir Reihe 1 erledigen, dann müssen wir hier wieder in den Newsartikel reinklicken, dann Reihe 2 freischalten, dann wieder in den Newsartikel reinklicken und Reihe 3 freischalten, sobald die Bedingungen alle dementsprechend erfüllt sind. Also ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Okay, das sind die beiden Sachen, die wir auf jeden Fall hier schon mal in dem Nachrichtenartikel freischalten können. Dann gehen wir zurück in die Waffenkammer und in der Waffenkammer gibt es zwei verschiedene Arten von Containern, Leute. Also einmal die Premium-Variante Ocean Guardians, die kosten auch relativ viel Geld. Das ist halt immer so bei diesen Kooperationen, müssen halt beide Häuser Geld dran verdienen. Also einmal Azur Lane und einmal World of Warships. Deswegen ist es halt ein bisschen teurer. Neue Schiffe dabei sind jetzt die Shimakase, Aggie und die Hornet. Die sind jetzt für dieses Event quasi mit reingekommen. Hier sind auch die passenden Kapitäne dabei. 95% Dropchance dafür, 5% Dropchance für ein Schiff. Es gibt auch noch weitere Schiffe, wie dann hier die Klassiker, die wir schon so kennen. Mit der Cheshire, mit der Rossia, Montpellier, Asuma, Yuki Kaze und dann auch die Letorio, die sie hier mit reingepackt haben. Nebenbei gibt es auch permanente Tarnung und es gibt auch blaue Bonuskarten, die sie hier mit drin haben. Die ganzen Geschichten mit den Kapitänen kann man hier auch direkt freischalten für Dublonen. Pakete gibt es auch für Dublonen. Es gibt die Schiffe aber auch einzeln für Dublonen. Und es gibt Standardcontainer, die wir auch kostenlos freischalten können. Und zwar für 2000 Einheiten Kohle dreimal und für 300.000 Credits je Container natürlich auch dreimal. Diese Container sind aber eben die Standard- und nicht die Premium-Container. Hier ist das mit den Drops der Schiffe nicht mit drin. Hier kriegen wir eine verbrauchbare Tarnung-Sirene. Wir kriegen hier Bonuskarten, grün und grau und ein Sammlungsgegenstand für die Azur-Lane-Sammlung. Auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr neu in World of Warships seid, die Azur-Lane-Sammlung besteht aus sechs Reitern, a sechs Kapitäne. Für jeden Reiter, den ihr vervollständigt, erhaltet ihr eine spezielle Flagge. Am Ende, wenn die Sammlung vervollständigt ist, bekommt ihr ein Zehner-Kapitän, a L Azuma sozusagen. Ja, ist am Ende eben an den Azur-Lane-Content angelehnt sozusagen. Oder nicht nur angelehnt, sondern erhaltet ja nur Azur-Lane-Inhalte. Tauschwert ist übrigens für Duplikate 1 zu 5 an dieser Stelle. Auch nochmal gesagt, Duplikate erst eintauschen, wenn ihr die Sammlung damit dann vollständig machen könnt. Das mal als Hinweis, sonst generiert ihr nur mehr Duplikate über die Zeit. Aber sie haben nicht nur Inhalte für die Waffenkammer, sondern sie haben auch Inhalte für den Premium-Store hier mit reingebracht. Und das möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Denn große Besonderheit ist, dass man Coupons hat. Wir haben nämlich hier zweimal 15% Azur-Lane-Coupon, die wir dann für diese Azur-Lane-Sachen an sich so einsetzen können. Also auch hier diese Premium-Container freischalten können. Wir können auch hier die Capitäne direkt kaufen über einen Rabatt. Und auch hier die Schiffe natürlich. Wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, die Alitorio ist besonders stark reduziert um 80%. Das Schiff ist 1 zu 1 eine Roma, ein T8-italienisches Schlachtschiff, welches schon länger im Spiel existiert über HE- und AP-Granaten, wenn den Hauptgeschützen verfügt. Die AP hat eine enorm hohe Durchschlagskraft, gegen Schlachtschiffe sehr gut anzuwenden, gegen dicke, panzerte Kreuzer gut anzuwenden. Aber gegen leicht gepanzerte Kreuzer macht dieses Schiff halt auch gern mal Overpens mit den AP-Granaten. Man muss gut überlegen, worauf man und wohin man damit schießt. Aber für 9,36 Euro kann man damit quasi nichts verkehrt machen. Wenn man da den 15%-Coupon sogar noch drauf verwendet, dann wird die ganze Geschichte sogar noch günstiger. Ihr könnt gerade mal gucken, wie das aussieht. Coupon anwenden, dann haben wir hier 7,96 Euro für dieses Schiff, wenn man das denn möchte, wie gesagt. Dann gibt es die anderen Schiffe halt hier auch nochmal einzeln. Wir können uns jetzt mal ganz kurz angucken, was jetzt hier so besonders dabei ist. Ich fange mal hier oben an. Die AL Schimakase ist ein Forschungsbaumzerstörer 1 zu 1 Kopie, bloß als Spezialschiff jetzt eben. Bedeutet nichts anderes, als dass die Kapitäne hin und her getauscht werden können und ich glaube auch die Wartungskosten reduziert sind. Das ist aber eigentlich so, dass wesentliche Kampfeigenschaften sind nicht verändert. Bei der LG ist das genauso. Bei der AL Hornet, da ist es halt auch so, dass die Kampfeigenschaften für beide Schiffe dann eben entsprechend gleich geblieben sind, im Vergleich zu den Vorlagen, die es im Spiel schon gibt. Die AL Sheshire ist ein Schiff, das ich euch durchaus empfehlen würde. Deswegen, wenn ihr nämlich zum Beispiel Schiffssammler seid, weil die Sheshire so einfach in World of Warships nicht mehr erhältlich ist. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, diese Sheshire direkt auszuwählen. Sonst kann man sie einzeln gar nicht kaufen. Sie verfügt über 234 Millimeter Hauptgeschütze, sechs Rohre am Ende. Normalerweise sind die Kaliber bei den britischen schweren Kreuzern T9 und T10 mit drauf. Hier ist jetzt ein T8 Kreuzer, der dann auch noch ein Superheel hat als Beispiel. Und eine sehr gute Verborgenheit, Torpedos mit an Bord und so weiter. Also solltet ihr auf jeden Fall einmal reinschauen, ob das eventuell was für euch ist. Wir haben euch dazu auch damals eine Schiffseinweisung bei uns auf dem Kanal erstellt. Also einfach mal nach Sheshire googeln bei uns auf dem Siekrautskanal und dann bekommt ihr alle Infos zu diesem Dampfer. AL Prinz Heinrich, eine Premium-Variante von dem Forschungsbaumschiff. Naja, sehr lustig, der Sima, der macht ja sehr viel Spaß bei den Deutschen. Aber halt auch nur da der Premium-Vorteil, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Al Azuma, eine andere Optik, weil das ist ja eh schon ein Premium-Schiff. Und jetzt kommen wir zu drei Schiffen, die auch andere Eigenschaften haben. Die Al Yuki Kase basiert auf einer Kagero, hier allerdings nur mit 8 Kilometer Torpedos. Dafür machen die Torpedos mehr Schaden. Die schwimmen schneller durchs Wasser und sind schneller nachgeladen im Vergleich zu einer Standard-Kagero. Der Nachteil ist natürlich ganz klar die Reichweite. Durch die höhere Geschwindigkeit lassen wir allerdings auch dem Gegner deutlich weniger Reaktionszeit. Also wenn der Torpedo sich dahin bewegt, ihr könnt hier bis zu 84 Knoten Torpedogeschwindigkeit erreichen, wenn ihr das Schiff komplett auf Torpedos ausrichtet. Was aus meiner Sicht durchaus sinnvoll bei diesem Zerstörer ist. Nächstes Schiff, die Sovetska Rosaya, basiert auf der Sovetsky Soyuz. Die Sovetsky Soyuz ist ja ein Vorschussbaumschiff der UdSSR auf T9. Die UdSSR im Spiel bei dem Vorschussbaum hat ja so eine ganz spezielle Streuungsellipse, so Tulpenform, eine sehr, sehr große Streuung auf großer Entfernung und eine sehr, sehr enge Streuung auf Nähe. Bei der Sovetsky Rosaya haben sie hier eine Standardstreuungsregel angewandt. Das heißt, das wird am Ende von zum Beispiel amerikanischen Schlachtschiffen schon kennen. Die Streuungsellipse wird nicht so extrem ausgedehnt auf große Entfernung. Außerdem hat die Sovetsky Rosaya, also die Alrosaya, so rum, einen Sigma-Wert von 1,8, während der Vorschussbaumschiff, die Sovetsky Soyuz, eben 1,7 hat. Im Gegensatz dazu müssen wir aber auch ganz klar sagen, die Alrosaya ein paar Trefferpunkte weniger hat, so ein bisschen über 7.000 Trefferpunkte fehlen ihr. Und die Turmdrehgeschwindigkeit ist verlangsamt worden auf 45 Sekunden für die 180-Grad-Kehre. Beim Vorschussbaum haben wir 30 Sekunden für die 180-Grad-Kehre. Und dann kommen wir noch zu AL Montpellier, die auf der Cleveland basierten T8-Leichterkreuz der Amerikaner. Hier gibt es eine ganze Menge Änderungen. Zum Beispiel, habe ich mir extra aufgeschrieben, gibt es hier 600 Trefferpunkte mehr. Der Sigma-Wert wurde von 2,05 auf 2,15 erhöht. Die Nachleidezeit dafür um eine halbe Sekunde verlängert. Die HE fliegt einen burgerischen Schuss, also hat einen burgerischen Bogen, Flugbahn, wie auch immer. Braucht einfach länger, bis die Granate beim Ziel ankommt. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Sind ungefähr 0,5 Sekunden. Die Granate braucht auf maximale Kampfentfernung, um beim Ziel dann anzukommen. Also länger als bei der Cleveland. Und wir haben hier 3 Sekunden längeres Überwachungsradar dabei. Die Cleveland hat 27, wir haben jetzt hier 30 Sekunden mit am Start. Darum ganz klare Empfehlung, wenn ihr die Schiffe noch nicht habt. Montpellier, Rossier, Yuki Kase oder die AL Cheshire eben, weil sie sonst nicht erhältlich ist. Das sind Schiffe, über die solltet ihr meiner Meinung nach verstärkt nachdenken, wenn ihr Schiffe von dieser Serie haben wollt. Die Alitorio, wenn ihr überhaupt Geld ausgeben wollt, dann ist das wahrscheinlich, ich würde mal sagen, salopp sagen, ist fast ein No-Brainer für diesen Preis für als T8 Premium Schiff. Wenn man denn, wie gesagt, hier eben mitmachen möchte. Okay, das ist das, was wir wesentlich zur ganzen Geschichte bei Azur Lane sagen können. Wobei mir gerade noch eine Sache einfällt. Und zwar gibt es in der Waffenkammer noch etwas, was ich euch hier unten gerne zeigen möchte. Und zwar gibt es hier noch 32 Zufallspakete. Da haben wir hier dann permanente Tarnung für die Rhone, St. Louis, Neptune und so weiter dabei, bis runter zu Dunkirk. Und hier unten gibt es nochmal 18 Mal die Sirene permanente Tarnung. Die würde normalerweise im Einzelkauf 750 Dublonen kosten. Das heißt, wenn man die zieht, hat man draufgelegt. Bei allen anderen Tarnungen, die hier drin sind, hat man meiner Meinung nach nicht mehr draufgelegt. Die sind mindestens 1500 Dublonen oder höher wert. Das heißt, am Ende wird Wargaming Data per Zufall mischen, was ihr dann erhaltet. Wenn ihr Tarnung haben wollt, dann macht da eben mit oder ihr lastet eben. Je nachdem, wie es euch so beliebt. So sieht die Rhone dann zum Beispiel aus. Ich kann auch gerne nochmal die Indomitable zum Beispiel zeigen. Ja, ist ein bisschen bunt, muss man halt mögen. Oder man macht da eben halt nicht mit an der Stelle. Gut, das sind die Azur Lane Infos, die wir jetzt für euch haben. Und ich würde sagen, wir springen jetzt gleich weiter durch die Waffenkammer durch. Und zwar geht es um die Kommissar. Die Kommissar, die ist ja jetzt neu im Spiel. Einen T-10 Kreuzer. Kein großer Kreuzer, sondern Standardkreuzer in World of Warships. Ist ein Hybrid für die UdSSR. SSR, ihr habt Nakimov-Schlachtflugzeuge dabei, ihr habt 240mm Kaliber-Geschütztürme dabei. Jetzt sind am Ende zwölf Granaten, die ihr in der Breitseite verschießt. Torpedos sind auch mit an Bord. Ja, das Schiff an sich ist relativ groß gehalten, aber nicht das größte in World of Warships. Also für Kreuzer. Und es bietet vielerlei Antworten. Es ist eher ein Schiff für Mittelstrecke und Langstrecke. Es ist nämlich nicht mega gut gepanzert, so wie Kreuzer nun mal sind. Kreuzer sind generell ja eher ein bisschen anfälliger. Und von daher findet man das hier auch halt bei der Kommissar. Wichtig zu erwähnen ist, in diesem Update 13.4 könnt ihr noch keinen Coupon einsetzen. Das wird erst mit dem Update 13.5 möglich sein. Und dann könnt ihr 7.500 Stahleinheiten sparen. Dann seid ihr also dementsprechend bei 22.500 Stahleinheiten. Und das kann man für die Kommissar auf jeden Fall ausgeben. Wenn ihr euch für die Kommissar im Detail interessiert, auch da wieder der Hinweis. Nutzt gerne unsere Schiffsvorstellung zur Kommissar. Da ist Gameplay mit dabei. Und da werden auch die ganzen Stärken und Schwächen nochmal ein bisschen intensiver beleuchtet. Neu im Spiel, wenn auch eigentlich schon ein bisschen bekannt, sind natürlich die Commonwealth-Kreuzer, die jetzt aus dem Vorabzugang rausgegangen sind und jetzt frei erforschbar sind für alle. Ab T7 machen diese Kreuzer aus meiner Sicht richtig Spaß. Und ich habe jetzt gerade die Auckland freigeschaltet und arbeite mich jetzt dann hoch bis zur Cerberus. Sehr viel Utility. Also wir haben super viele Verbrauchsmaterialien mit dem Schleichfahrtnebelerzeuger, mit Hydro zum Beispiel. Wir haben eine sehr gute U-Boot-Überwachung und auch eine Airstrike-Reichweite, die sehr hoch ist. Das sind ja so die Besonderheiten, die sie jetzt hier bei den Commonwealth-Kreuzern mit eingebaut haben. Ja, und mit einem neuen Update kommen auch neue Twitch-Drops mit an den Start. Hier dann zum Beispiel wieder der Mystery-Drop. Seit gestern kann man wieder die neuen Drops sammeln. Also jetzt heißt es sich wieder ranhalten, wenn man die Community-Mark mitnehmen möchte, wenn man die Twitch-Container mitnehmen möchte. Aber auch dann, wenn man zum Beispiel die besonderen Drops für das World of Warships Masters-Turnier mitnehmen möchte. Am 18. und am 19. Mai wird es Drop 1 am 18. und Drop 2 eben am 19. geben. An Summe kann man da halt auch ein bisschen Kohle noch mitnehmen. Einen Kapitän, eine besondere Tarnung für die St. Vincent zum Beispiel. Und entscheidend ist, wo findet das statt? Das gibt es nämlich nicht nur bei den Streamern, die World of Warships Masters übertragen, sondern offensichtlich bei allen Streamern. Beliebige World of Warships-Streamer mit aktivierten Drops steht da. Hätte ich mir jetzt durchaus anders vorgestellt, dass das wirklich nur Drops für diese Turniergeschichte ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht genau verfolgt. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der beim Warships Masters mit reingeschaut hat und genau weiß, dass das nur bei dem Turnier droppt. Dann schreibt das gerne in die Kommentare mit rein. Ich kann nur das sagen, was jetzt hier steht. Und da steht beliebige World of Warships-Streams. Also auf jeden Fall da. Wenn ihr ganz spezielle Streamer für die Warships Masters sucht, dann solltet ihr unbedingt bei Joe mit der Mütze vorbeischauen. Der überträgt regelmäßig alle möglichen Turniere. Und diesmal auch mit dabei ist die Siren bei ihrem Kanal. Und TK überträgt das übrigens Anna auch als Turnier. Also je nachdem, was euer Lieblings-Streamer ist oder Streamerin ist natürlich, könnt ihr dann da entsprechend vorbeischauen und eure Drops dann einsammeln. Okay, jetzt haben wir zu Turnieren gesprochen. Es gibt aber auch noch ein Real-Life-Event, was auf uns zukommt. Nämlich das World of Warships-Fleetfest 2024. Und mit dabei ist dann auch wieder Deutschland. Jetzt haben sie hier natürlich noch nicht sonderlich viel verraten, was es geben wird in Deutschland. Aber wir haben natürlich beim World of Warships-Stream ein bisschen zugehört. Und da haben sie schon mal gesagt, es wird in Mitteldeutschland stattfinden. Und es wird irgendwann im August sein. Das ist die Aussage, die sie sich haben aus den Rippen leiern lassen von unserem Chat. Oder vom Chat im Allgemeinen. Also da schon mal gut überlegen, wohin das gehen könnte. Polen ist diesmal auch mit dabei. Ihr könnt mir vorstellen, dass das eventuell gedanscht wird. Wo ja auch die Bliska-Wiska dann eventuell im Hafen liegt. Oder nicht nur eventuell, sondern sehr wahrscheinlich. Ihr könnt es mir vorstellen. Ist nur eine reine Vermutung zu den Deutschland-Geschichten. Das hat Wargaming tatsächlich so gesagt. Mitteldeutschland Mitte oder gegen August. So ungefähr. Das ist also eine passende Aussage. Gut. Und dann gibt es noch eine ganz passende Aussage, Leute. Denn ihr wisst es, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt. Wir haben auch einen Twitch-Kanal. Die Twitch-Drops, die könnt ihr auch bei uns sammeln. Und wir haben jetzt vor kurzem 10.000 Follower bei Twitch erreicht. Und das wollen wir mit euch feiern. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle, wenn ihr bei YouTube zuschaut und auch bei Twitch dabei seid. Wer bei Twitch noch nicht dabei ist, der sollte jetzt unbedingt zu Twitch einmal rüber wechseln und ein Follow da lassen. Immer dienstags, mittwochs, samstags 20 Uhr sind wir für euch da. Und den 18.05. Da sind wir schon ab 18 Uhr für euch da und verlosen diverse Preise. Zum Beispiel von unserem Partner ProPets verlosen wir Einkaufsgutscheine. Und auch hier von World of Warships verlosen wir Preise im Wert von über 180.000 Dublonen. Also über 530 Euro an Wert oder 580 Euro an Wert ist das dann sogar. Da ist also für jeden was dabei. Einfach da sein, mitmachen und ja, einfach Spaß haben. Der Stream, der wird denke ich locker von 18 Uhr bis Mitternacht gehen. Wir werden Übungsgefechte fahren, wir werden Unternehmen zusammenfahren, wir werden einfach Spaß miteinander haben. Und ich freue mich schon auf euch am 18.05. ab 18 Uhr bei Twitch. Aber wenn ihr Twitch nicht habt und trotzdem einfach so dabei sein wollt, dann könnt ihr auch gerne bei YouTube vorbeischauen. Nur müsst ihr euch merken, bei YouTube haben wir kein Bot, wo wir Giveaways drüber machen können. Deswegen gibt es die Geschenke. Dann bei Twitch. Okay, dann gibt es natürlich auch noch was zu sagen. Und zwar wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende, Leute. Ja, es ist Pfingstwochenende und ja, kann man also nochmal ganz besonders auskosten, die ganzen Sachen, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von den ganzen Besonderheiten, die World of Warships jetzt hier für dieses erste Wochenende anbietet. Denkt vielleicht einfach nochmal da dran, heute Abend den 17.05. auf die World of Warships Seite raufzugucken. Manchmal postet World of Warships nämlich nochmal irgendwelche Kampfaufträge, Kampfmissionen oder solche Sachen, die dann zum Wochenende noch aktiviert werden können über einen Button. Das ist mal so ein Tipp, den ihr von meiner Seite hier nochmal mitnehmen könnt. Und dann sage ich einfach, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt an den Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat. Abonniert unseren Kanal bei YouTube kostenlos. Würde mich sehr freuen. Dann empfehlt uns gerne weiter. Und ich sage auch vielen, vielen Dank an unsere Kanalmitglieder, die uns hier im Hintergrund so zahlreich unterstützen und diese Programme so in der Art hier ermöglichen. Also auch nochmal da, danke für eure finanzielle Unterstützung an diesem Punkt. Ihr seht ja zum Beispiel einige Videos dafür, auch werbefrei im Vorabzugang. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Cicards Team, euer Andi. Ciao, ciao.